Die erste Sitzung war mehr ruhig verfehlt, die Stütze von Liedefeller, der Ressler. Doch hätte Liedermann gesagt, nur jetzt nur wahre, und die Brunner vorhin sind, können wir endlich starten. Doch kam erste Sitzung größer Mensch halte, die neue Gildemeister könne mit der Begierungspolitik. Nur, es war kein Höher schaltet. Auf eine Skala von 1 bis 10, sollte man die Begierung jetzt bewerten. Und die Morgene sind wir gekocht, das ist die minus 1 und die absolute Erde. Nun los, kriegst du der einzige Sitzung, der nichts drin gekriegt hat? Also, das ist ja schlimm, es waren alle. Nur einer hat das drin gekriegt, der neue Gildemeister. Die beiden Fraumeister vom Nahrer, der hätte selber was vor, aber ich glaube, dass der Schalte für ein Englisch. Für den Fraumeister ist das ein Rögel, wenn jeder das schon sagt. Und ihr hattet, ihr hattet jetzt nicht so ein Frockner, wie wir alle an, dass die Brüder geht. So, muss man sich ein Schalte bringen, oder? Das soll er? Das ist ein Thema, doch, der wir uns was sagen haben. Und jetzt weiß ich, ihr habt keinen Plan, wer steht nach dem anderen. Ihr hattet neue, die, ich bin einfach mal ein ungelöstes Monat. Fölf wie zöge, rauf, zweitisch, und vor zeltet euch die Schuss. Halte Drachen, ohne zu, wir haben dich aus den Schuss. Also, wenn man macht das Bief, dann macht das Bief, dann macht das Bief. Valor, da fahrt die in Burko. Yes. Denn heute sind wir wieder, deine Mädchen, deine Jungs da. Wir feiern durch die ganze Nacht, zusammen ist die Uhr wieder krass. Und dann sind wir wieder, du bist da. Ihr hattet's doch, ey, ey. Jetzt, 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 ein allgemeines Leben. Wir haben ein schönes Leben vom Bett, dass wir eine Veranstaltung gemacht. Und jetzt würden wir heute gern zum Bett beginnen. Wer singt's denn ein, weil jetzt, was siehst du, ich glaube, ich bin eh keiner von. Aber ich weiß, warum sind da rein, ich weiß nicht. Ich mach's wie Pipi-Floxberg, und steig auf meinen Däsen. Ich kann mit dem Burko, um zum Saugen nach dem Däsen. Ich mach's wie Pipi-Floxberg, jede, jede meint. Ich mach's wie Pipi-Floxberg, mit 16 ist dabei. Ja, passt. Ich mach's wie Pipi-Floxberg. Siehst du nicht strafft, Lagermusik-Rubiole, Dank dir und deinem Ausbruch kann ich da wohl es. Doch die sechste Jährige und Dekonin, heiße Mittwochstöne in Niederhaar, und liebe Umstädte, ohne noch normales Musik ist um Stieferschlag. Jetzt ist es am 8. Mai zum 9.00 Uhr am Prost-Budel-Steppe. Fölf wie Zögel, der Ort hab ich, und vollständig leuchtig schon, halte kachelose Tür, mir geht das jetzt gut. Radio Sehfung, die gute Nachricht aus der Region. Viel werden Siege als Papier in der Rausenfeuer giezen. Es hängt sich gerade gebrochen, aber ich finde, leicht muss ich's kracken, gerade sein Hemd, nur viel Quare. Und das ist nicht ganz so zäh. Ich erzähle euch mal. Das Metterswil ist diese groß. Zu manches Grunde kam die Herde kein Zübersprung. Doch was du hörst, ist das Getratschen von den Biederbiber, wenn sie zusammen zum Rasenbein ratschen. ... ... ... ... ... Und von zählte Deutsch-Lichtschu'n Alte Trachte-Lose-Zü'n Wir sind das jetzt im Grund Wasch mit 8 Stammfüller-Schule und der Hose-Lieb Wir sollten mal oben von der Hamburg-Sicht-Uns-Prompacht Bis dem Herzweg alle zieh Unter dem Druck fahrt sie jahrelang zu Doch die Stadt hättet lang Seit dem Halbjahr hört man nur noch den Verkehr von der Autobahn Dankeschön! Ein Lärmschutzschild unter dem Druck Macht nur mehr Sinn, wenn sie oben auf die Schnellstraße auch mit riesig schmieren gehen Und von zählte Deutsch-Lichtschu'n Alte Trachte-Lose-Zü'n Mit dem Grund Ich kenne mal wieder Ich will sie sitzen Bin unterwech Und du müsst ringen und verklochen Hast du das Pferd auf oben und verheil schon Bescheid dich so Seht ihr den Tag reich doch nörgertuch Bis schon gescheidet war Und solltet ihr doch bald in die Rehasterstrasse Der Rastblatt mit ne Sanifa schiesse ich an Verstanden? Herr Lutz, was hält Sie nur zum Zünich noch? Ihre Aussage, denen sogar die Wiener zu denken geht, keine Strategie in der Löhrenkonomie leisten, sondern in der Schwitzkurschaften drohen die nicht am meisten. Für jeden Handwerksbetrieb war das ein Schlag ins Gesicht. Für die Arbeiter braucht man nach ihnen für uns ja nicht. Grundstück erhöhen ist auch nicht schwer. Nach vielen Denken ist jede Löhrenkonomie ein Millionär. Jetzt haben wir uns über sieben Positionen zur Frau Gedanke gemacht. Soll das auch nicht an die Gange geben? Damit Lörrach wieder... Siegt und acht! Applaus Ich bin mir gehofft an dich und von der Ecke leuchtet schon die alte Kante lossetzen werden das jetzt tun. Eine neue Pizza wollen sie sich jetzt auch noch anschrappen. Plamieren die Indien sich doch wie die Letzten runter. Das Kreis kann kommen, zauber kein Geld mehr haben. Hast du dazu nur, zum Sparen? Das ist der Wahre klar. Aber da haben sie 300.000 übrig. Und hauen sie raus, mit unnötig Geldverschwendung. Dann hätten sie im Lagen eben eine 1a raus. Das ist der Wahre klar. Das ist der Wahre klar. Das ist der Wahre klar, ich habe auch ein ganzes Besonderes. Kriikäisjölea! Juhsappuken! Juhsappuken! Sappuk aifahke! Juhsappuken! Juhsappuken! Sappuk aifahke! Sölt, wie zölt, wie oft am Licht und vor selten, leucht sich schon. Haltet, öffne, losse, zö, wir hüllen ganz jetzt wund. Sloger hätt' me zöhn, der Lidl alt und zählob. Doch der echte Stadt, die Ups-Lidiko, jetzt durft der Lidl nicht so baue, wie er hätt' wollen. Und hätt' er der Stadt mit der zwölf Meter hohe Wand begröchte, der Schwerstolle. In der Stadt hätt' es in den Hochgang eingefallen. Doch die Bieter hätten es überklappt und ein Iporke, oder? Und H蘇, das war so, wie Schmerz im Late край. Fünf, 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 fünf ins Viertel, Hoy im All cuestión. Schöne Frau, wenn sie denn provozieren, ist mit der Diplomation zu scheuern und mit Reibenschutzbedürfe. So schreckt uns, was spürt man, was richtig ist, die Süddeck, aber dann, am Fallschub, es ist mir jetzt so hin passiert in den letzten 40 Jahren, die wäre es in den Fall auch in volle Höhe von schönen Schreisen langen Jahren. Also wenn man sich so blommiert, gibt es nur eins. Ja, das ist das. Vielen Dank.